hallo zusammen und willkommen zur zerstörung von den außerirden ja das sieht wirklich so aus wir sind über 1000 zenten auch wenn wir jetzt alles one shotten sind wir über 1000 zenten und da ist eine heftige nummer und ihr seht was wir gegen uns haben wir haben blaue tanks wir haben milenas und in dem moment wo wir milenas haben würde so wichtig was neben den milenas steht muss man jetzt mal dazu sagen was ist das für eine arthos ach du kacke aber ich glaube mit dem fangen wir an mit dem kollegen so zack 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 pop rein ja und um mich selbst mal direkt zu jinxen ich stehe bei vier kriegen in folge mit sechs one shots also 24 one shots mal gucken ob die direkt anspringt so heil dich ruhig ist ok jetzt muss ich irgendwie an die grünen kommen wir machen mal die front da fließt alles rein zwei einmal können wir noch und die linke seite ist wesentlich ekliger so zack zack hat er die echt schon zweimal beschützt was ist denn das für ein mist jetzt mal ehrlich also mist da ist mein heiler dahin ja was und jetzt fällt da direkt um oder was krasser scheiß da kommt ein autothek rein katastrophe ja das geht auch noch zum zum großteil daneben zack das war's für den arsch gleich mit dem ersten angriff gleich mit dem ersten angriff und es lag nicht an dem tank ich hätte doch die rechte seite wegräumen sollen glaube ich dass die linke so beständig am leben bleibt ist halt absolut heftig absolut heftig das massiv unangenehm so zack und dann machen wir den mal weg ja das bord ist kein deut besser oder schlechter ok wieso hast du noch 57 so machen wir den mal weg das ist sehr gut nur äh just in case das hier kaskade passiert was mit passiert so so der nächste ja dann können wir uns mal die melenas warte mal haben wir hier minions warte mal haben wir hier minions wir haben ein bisschen gehipp aber nicht genug es ist nicht genug ach man 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 das ist natürlich gut oh mein gott nebel ist tot glaube ich oder oh ja ich glaube das war's okay ich habe einen bisschen ausweichen cool das passiv killt oh mein gott wie ich sowas hasse ich glaube hm 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 ach komm hier gibt's feuer das ist ein bisserl belastend aber ich meine der krieg lieber in so einem krieg als in einem knappen ich verstehe aber nicht warum Milena so unangenehm ist verstehe es ehrlich gesagt nicht das ist mir ein leichtes rätsel warum diese rolle so unangenehm ist wo sie meistens ist mir auch nicht die hier ist das ist diese Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen hier, obwohl wir machen Feldforschung. Wir machen Feldforschung. Wir machen Feldforschung. Wir machen Feldforschung. Eine richtig blöde Sau ist das. Der rückt jetzt alles ab. Ah, Witz, komm raus. Ich weiß nicht, dass du bist umzingelt. Ja, komm, nehmen wir noch meinen Erzfeind. Den Hund. Nehmen wir den noch. Der funktioniert wahrscheinlich jetzt gleich. Den gehe ich mal schwer davon aus. Der jetzt funktioniert. Der würde jetzt hundertprozentig funktionieren. Aber jede Wette. Hm. Ohne Rot ist schwierig. Und ohne Blau auch. Wie kriegen wir hier Bordbewegung? Kriegen wir irgendwie... Ja, das Ding ist durch. Wir haben hundert Punkte gemacht. Starker Krieg. Wir haben letztlich über die K��터 gestellt, was für euch nochmal initiert... Ja, das Ding ist schon gut heraus. Viertere Tai undятся bloggen. Ich weiß nicht es gut. Und ich bitte da. Jakst du nach hinten Observ. Das 2021 ist unser Leben calm. Das ist eigentlich kadar Kraft. Und nicht mal know. assurents nicht sein. Und glowing will statistisch. Und dann Avec mich. Vielen Dank. Na ja, oder? Jo. Es ist halt wirklich, es ist richtig traurig. Es ist richtig traurig, 157 und das nur, weil der letzte noch mal ein Job war. Ja. Dev. Hier wurde ich angekratzt mit 25. Das läuft wieder unter dem Titel. Ja, auch das muss man hochladen. One shot, one shot, one shot, one shot. Tja, schönen Sonntag, auf den Job. Was hat das ist, was hat das ist, was hat das ist. Was hat das, 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 was hat das. Vielen Dank.